Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Anvise für Donnerstag den 19.09.2024 und damit den letzten Handelstag vorm großen Verfall im September haben wir ja jetzt nochmal einen großen Hexensabbat vor der Tür und wir sehen in der Regel, dass da eben am Donnerstag nochmal das eine oder andere dann ein bisschen durchgesportet wird. Unser DAX hat hier sein Mäuschen, was er gestern schon im Visier hatte und man sonst ums Spiel angeguckt und angeschnuppert hatte. Hat sich geschnappt und dann so ganz unschuldig wusste ich, ja, ich, nee, ich doch gar nicht, hat sich wieder zurückgezogen. Wir sehen hier einen Schlag hoch in die 29, eine altbekannte Marke, die wir hier in den Zeiten immer nochmal gerne vor der Brust mit hatten. Er hat quasi die 880 jetzt durchgespurt, hat sich, wie man es gesagt hat, wenn er sich früh hier einfach schön oben ruhig zeigt, kann er hinten raus dann da eben noch machen. Aber ist eben auch einen dollen Tacken zurückgegangen. Der dolle Tacken zurück juckt mich ehrlich gesagt jetzt hier noch nicht so richtig. Ich meine, das ist unter 67 zurück, aber wir haben unseren DAX die ganzen letzten Tage immer wieder gesehen, wie er sich so oder so an so eine Grenzbereiche unten einfach nur so rangegangen ist, so rumgesteuert hat und dann aber doch wieder nur nach oben hochgedreht ist. Dafür fehlte ihm jetzt zeitlich ein bisschen die Möglichkeit dazu, denke ich, ja. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass der zum Donnerstag sich auch einfach nur wieder aufpimmt. So wie die ganzen letzten Tage, er ist immer wieder ein inneres Bewegungsverhalten gewesen, immer wieder einen Meter hoch, wieder einen halben Meter zurück, wieder weiter, wieder ein neues hoch. Das haben wir jetzt ja eigentlich die ganze Zeit von unten weg ja so gesehen. So hat er unten schon angefangen, eher ruhig angegangen das Ganze, dann Tack wieder hat er kein neues Tief. Und da hat man ja damals dann schon gesagt, naja, jetzt hier kein neues tieferes Tief, das wird jetzt ein Fenster öffnen nach oben, eben sich hier wieder rauszustehen und das hat er jetzt auch ausgespielt. Sind jetzt hier, wenn wir gucken, knapp 60 Punkte vorm Allzeithoch, würde mich jetzt fast wundern, wenn er das dann nicht noch macht, ja. Also warum die 60 Punkte da noch auslassen, ähm, da gewinnt er ja keine Rosen mit hier, keine Preise. Das, ähm, würde denken, der spielt das noch ein bisschen. Der Bereich ist jetzt angestochen, der ist bereinigt da oben, ja, ist so bloß wiegen, wenn dann erst wieder da drüber, das heißt, es hätte für ihn schon einen gewissen Reiz, jetzt hier einfach auch wieder reinzusteigen in die 880, 860. Und, ähm, deswegen würde ich, wenn er grüne Stundenkerzen liefert, ihn erstmal oben raus mitlaufen lassen. Und wenn er dann, ähm, ja, einfach oben rauslaufen lassen erstmal, ja, und dann müsste man nochmal genauer hingucken hier im Bereich 89, ob er dann da auch drüber kommt, ähm, sollte denn überhaupt so weit das schon vorwagen, ähm, würde ich, würde ich dann genauer hingucken, ob dann da vielleicht eine rote Stundenkerze kommt, um einen Doppeltop anzuspielen, die muss nicht mal von 89 kommen. Ähm, die letzten Hochs waren ja alle so 970, 980, ja, ähm, das, das wäre dann so die spannende Stelle auf der Oberseite nochmal, wenn er sich hier eben wieder aufgedreht kriegt, ähm, sind zwar knapp 200 Punkte, ist jetzt aber für, wäre für einen Donnerstag jetzt nichts Besonderes. Naja, müsste sich nur bewegen, ja, in der Hoffnung, er geht ja sich wieder in seine Montags, äh, Depression zurück hier, wo er uns fast auf der Stelle eingeschlafen ist. Aber grundsätzlich, der Bereich ist angestochen, dann könnte es jetzt locker wieder ablaufen. Ähm, unten müsste man ein bisschen aufpassen, wenn er uns unter eine 700 kippt, aber wie gesagt, ja, das, was ich vorhin gesagt habe, was hat er die ganzen Wochen gemacht? Immer wieder so eine Zone angetippt und dann doch wieder umgedreht. Also wenn der früh hier unter die 700 stellt, ähm, eine 670 oder keine Ahnung, ob man sich sowas ansticht und von dort eine grüne Stundenkerze hoch haben, traue ich dem auch zu, dass er die relativ einfach Richtung 760 wieder durchgetreten kriegt und sich dann doch wieder um ein 800 schiebt. Ja, also der müsste wirklich hier auf runde Stunden durchschieben. Man kann das auch shortbegleiten, man kann das probieren. Ähm, das spricht so nichts dagegen, ja, also neues Hochwortabverkauf, das ist jetzt erstmal nicht zwangsweise. Bullisch auszulegen, das ist in der Kombination dessen, wie der Tag, äh, wie, wie, wie die ganzen Tagesverläufe fahren wird, ist ihm bullisch auszulegen, aber so rein, wir müssen ja versuchen neutral zu bewerten, ja. Geht nicht darum, was denke ich oder was sehe ich, was ist mir lieber, dann geht darum, ähm, ähm, so neutral wie möglich euch auf der Ober- und Unterseite die Chancen aufzuzeigen. Geht da runter und man will versuchen, das Short mitzubegleiten oder ist vielleicht tatsächlich hier oben schon in die Bewegung Short reingegangen mit einem Sturbeloss über dem Hoch, da müsst ihr ja jetzt auch hin, dann, ähm, würde ich gucken, wie lange der hier eben die roten Stundenkerzen da noch durchgetreten kriegt. Wenn der auch unter 670 geht und er kriegt das hin, ist dann die 600 die wichtige, ja, 600, hier natürlich jetzt eine fiese Falle möglich, kommt auch der gleitende Durchschnitt, da liegen die Tiefs, das wäre dann so die nächste Grätsche. Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn er findet, also eine Finte wirft, dann entweder hier knapp unter 700 oder unter der 600, das sind so die typischen Bärenfallen, ja, schön dramatisch in die Tiefe stürzen und dann grüne Stundenkerzen, zack, und die ganze Bude wieder zurück und am Tag ist es endlich über 800, würde hier auch gut reinpassen, muss man so sagen, ja. Und dann würde ich einfach in die unteren Bereiche, ähm, das heißt, wenn ich Short bin, je nachdem, wie das Setup aufgestellt war, bietet sich an, vielleicht an der 700 einen Teilverkauf zu machen, wenn man es ausreizen will, oder dann unter der 600 zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt erst mal an und wenn er dann in den Rücklauf geht, ersetze ich nochmal nach, aber ich würde schon denken, dass wir aus dem Bereich unter der 600 dann auch deutlich wieder zurückzucken, also, ähm, wenn er hier auf 600, 5, was ist das hier, 5,60 fällt, dann würde ich ihm locker zutrauen, dass er 6,60 aus dem Stand dann schon wieder von unten anspringen kann, ja, also das wäre so ein negativer Szenario, geht er natürlich so tief und vermasselt das dann hoch zu, geht in der Folge für den Freitag und für den Montag und für den Dienstag auch wieder richtig Risiko nach unten auf, aber dafür muss erstmal einiges passieren, dann muss die 700 fallen, dafür muss die 600 fallen, dann muss der Rücklauf scheiße aussehen, so wie er steht, das ist er ja eher in einer positiven Chartlage und da können wir auch nochmal an den Tagesschart zurückkommen, auch wenn die Tageskarte jetzt hier ordentlich zurückgezogen ist, finden wir uns außerhalb des letztmöglich ziehbaren Abwärtstrends, er hat keine aktiven Abwärtstrends momentan mehr vorliegen, das ist so, ja, und, ähm, ja, er ist so knapp unterm Allzeithoch, also es ist eine positive Chartlage, das kann man so nicht anders sagen, natürlich kann er in positiver Chartlage fallen, dafür sprechen würde das, äh, das schwache Quartal gerade, ja, statistisch schwachen Septembermonate, da haben wir ja nicht mehr, er hat ja nicht mehr viele Tage, der September, statistisch neigt er zur Schwäche, davon sehen wir momentan noch nicht viel, außer, dass er immer mal wieder die Hochsabverkauft, jetzt gerade hier in der aktuellen Abwärtstrends, aber er steht an sich auch noch über dem Abwärtstrend, das ist ganz wichtig und dann kann er aus jeglicher Situation einfach wieder aufdrehen und ein neues Hoch nachlegen, das wäre der Chartlage wegen hier eben anzunehmen und deswegen dieser leicht bullige Unterton eben auch, einfach aus der Lage heraus und eben auch aus dem Bewegungsverhalten der ganzen letzten Tage, weil er es die ganze Zeit so gemacht hat, ja, und wenn er hier anfängt grüne Stundenkärze zu schieben, ich würde ihn oben raus seinen Raum geben lassen, also warum da verkämpfen, warum sich gegenstellen, kann man den auch wieder anfangen zu shorten, wenn er wieder richtig nach unten prassig wird, ja, wenn er geil wird, wenn er da Spaß dran hat, dann müsste er an und hier eher versuchen nach oben ein bisschen zu gucken. Also, ich würde es dabei belassen, Ziele sind, denke ich, klar, also ihr seht es auch hier im Chart, haben wir gestern auch gesagt, naja, also 880, die können wir jetzt vom Zettel nehmen, nächste wäre dann, wie gesagt, diese 79, 89, drüber 1950, wird jetzt für den Donnerstag noch nicht ganz relevant sein, könnte man dann über den Freitag reden, wenn er sich gut macht, und dann ansonsten, wie gesagt, hier unten dieses Bogen schlagen über eine 670, das wäre Klassiker oder auch kurz unter die 600, das müsste dann aber zum Nachmittag kommen, 15.30, ja, unter die 615, 30 und die ganze Bude wieder zurück, dann würde er quasi einmal so eine Tageskatze stellen, wie er jetzt hier nach oben gerissen hat, die würde er dann umdrehen, das haben wir auch schon oft gesehen, ja, macht er die Tageskatze einfach andersrum nochmal und stehst wieder in den Katzenkörper, relativ nah an der Eröffnung, ja, so, sowas würde ich jetzt zum Donnerstag erwarten, kurz vorm Verfall sollte man auch eben mit dem Hinterkopf behalten, es ist Verfallswache, die Jungs, die hier ihre Schäfchen ins Trockene schieben wollen oder eben auch raus, ja, die haben jetzt noch eineinhalb Tage Zeit und in der Regel werden die dann zum Donnerstag auch nochmal ein bisschen wach, ja, und von daher drücke ich euch die Daumen, dass hier auch gut Bewegung drin ist und mache hier aus, zu, viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen, tschüss! Und dann, wenn wir jetzt hier auch noch ein paar Tage,